Leo, das ist eine Lier. Ach so, der Korn ist der Leo. Dafür ist der Prinz der Korn. Oder umgekehrt. Wie es machen will, der Mario ist der Mario, oder? So, der Diplomigeneer hat eine eigene Diplomigeneerpraxis aufgemacht. Sein Name muss geheim bleiben. Aber der Spitzname war irgendwie, was nicht Julia. Romeo, Romeo. Ja, tatsächlich, da werde ich den Text anschauen. Ich muss jetzt, jetzt haben wir noch ein Ort. Ah ja, der Professor ist der Kuck. Der junge Herr Axel ist der Alex. Der Herr Silber heißt Herrs. Ich sag mal so, ein zweiter Ast des Interesses von Günther war neben der Rotmusik Country. Und da haben wir natürlich auch ein paar schöne Lieder gehabt. Das ist eine von Towns, das spielen wir jetzt gleich. Aber ich habe persönlich den Towns-Fan getroffen. Wir haben ein Lied miteinander gesungen. Und zwar, was ist das? D, 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 deine D. D, D. Nichts. F. Ne, 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 und der. Noch fuhren muss ich auch. F. 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 Ich bin laut! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitel. 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 BR 2018